Moin Moin, ihr Polygon-süchtigen Menschen. Es ist frühmorgens, ich bin überhaupt nicht wach und ja, ich nehm eine Runde Deus Ex Human Revolution auf. Und ja, wir sind immer noch hier in so'n Häuschen. Da draußen sind zwei solcher fiesen Roboter. Und ich rede, als ob ich gerade voll am Rauchen war und ich bin nicht Raucher. Oh mein Gott. Ja, da müssen die jetzt irgendwie ausschalten. Lass auch manchmal die Birne da ab. Und ja, ohne dass wir die nicht ausschalten können. Kommen wir hier auch nicht weiter. Also das hängt drauf. Ach ja, ich hab noch was ausgestellt und zwar, ihr seht ja normalerweise hier so orange Umrandungen, wenn man etwas anvisiert, was zeigen soll, dass man's anvisieren kann, beziehungsweise benutzen kann. Das hab ich jetzt ausgestellt. Finde ich, sieht jetzt besser aus und schöner. Und auf jeden Fall werd ich damit jetzt einige Zeit spielen, weil ich find das so irgendwie grad angenehm, muss ich grad gestehen. Joa. Werd ich so machen. Wenn's euch nicht gefällt, hm, kann ich so nicht erinnern. Aber ihr könnt, what the fuck, ihr könntet's gerne im Chat, äh, da unten, also unter den Kommentaren schreiben. Was ist das? Wartet mal, hab ich so'n Ding denn noch, um's zu öffnen? Natürlich, nein, hab ich natürlich nicht. So, sorry, ich musste eben kurz auf Pause stellen, irgendwie, ähm, hatte ich grad komisches Leck-Erlebnis gehabt. Ja, in-game, ne, nicht, was ihr jetzt irgendwie denkt. Ja, das ist blöd, weil jetzt eigentlich das Teil noch irgendwie hacken, aber... Na gut, ein Versuch mal, das, äh, manchmal, aber ich glaub nicht daran, dass wir das hinkriegen, weil ich so vielen Sachen, die wir hier hacken, oh Gott, müssen. Da glaub ich nicht wirklich dran. Ja, siehst, seht ihr, das geht ja schon gut ab. Äh, ich weiß nur, was nötigste. Nur, das nötigste. Was? Ach, so scheiße, muss ich die auch noch erst mal. Äh, nein, 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 das schaffen wir nicht, nee. So, im Scheiß. So, das ist jetzt irgendwie blöd, denn... Ich dachte, in den Räumen wäre irgendwie noch ein Raketenwerfer. Aber... Anscheinend wohl nicht. Und deswegen werde ich wahrscheinlich hoffen, dass... ...wie ich hier irgendwie Raketenwerfer finden. Ja, super. Da muss ich mir auf jeden Fall mein... ...Präzisionsgewehr wegschmeißen. Was haben wir da? Sturmgewehrmunition, ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Und, ähm... Okay. Was haben wir da? Hangar-Türen, dann geht's. Sicherheitssicherheit. Oh... Bitte deaktivieren Sie von dem Öffnen der Türen die Sicherheitssicherheit. Oh, okay. Ich bin gar nicht da. Ich bin überhaupt nicht hier. Hangar-Türen, dann geht's. Man sieht mich nicht. Ich seh euch nicht. Bitte deaktivieren Sie von dem Öffnen der Türen die Sicherheitssicherheit. Ich möchte hier weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, es kommt so nah! Ich kann färblich deren Öl schon riechen. Ich glaub das einfach mit. Tate ist so viel für mich. Ich mein, in der Pistole drauf zu schießen ist irgendwie winzlos. Also... Glaub ich zumindest, dass das witzlos wäre. Aaaaah! Bitte deaktivieren Sie von dem Öffnen der Türen die Sicherheitssicherheit. Ja, das, ähm... Ich muss etwas warten mit den Sicherheitssicherheiten. Also da hab ich grad... Da kann ich grad nicht, also... Nee, das muss ein bisschen warten noch. Ja? Da sind Türen. Aaaaah! Oh, hallo! Oh... Okay... Also normalerweise finde ich die Sturmgewehre scheiße, weil sie halt sehr ungenau sind und einfach... sehr streuend schießen. Aber... Für diesen Kampf, denk ich mir mal so... Kann man sich so ein Ding mal antun. Ähm... Wo ist das? Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie von dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbots. So... Speichern. Speichern. Danke. Granate... Ach... Ist hier drin. Ganz mal den Öffnen der Türen! Die Sicherheitsbox. Ok... Eine Rakete... Aaaaah! Aaaaah! Ah! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Oh Gott, das ist Sinn. Nein, 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 bitte nicht, nein. Ich weiß nicht, worauf ich gedacht habe, ich kann das auch sein. Okay. Okay, das war sehr schlecht, um den Satz zu Ende zu führen. Gib mir die Munition. What the? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also ich frage mich, hier ist echt hier ernsthaft, wo hier Raketenwerfer sein soll. Ich finde hier kein... Ich wollte mir da gerade das Lebensteil einsammeln. Oder was? Nee. Ich glaube, das ist... Ähm... So ein... Ihr wisst schon, ne? Für Energie. Ja! Ja! Oh... Oh! Das Schmatschblatt! Ich mach die Platte, Alter. Oh, Mann. Fack mal. So, einen hab ich. Ja, fett, geil. Jetzt ist die Waffe leer. Oh, hab ich Bock. Ja, was soll ich jetzt machen? Also, fassen wir es so. Meine Waffe ist leer. Ich hab keinen Raketenwerfer, aber Raketen. Da vorne ist noch so ein scheiß Gegner. Und wie zum Hacker hat der mich gesehen? Ah, geil. Dann noch eine Munition. Okay. Sei bewusst, ja. Schön. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheit falsch. Das ist nicht das, was ich brauche, aber danke. Oh, irgendwie hab ich grad Hunger. Das ist grad irgendwie du. Was mach ich denn jetzt? Mit 20 Schuss kann ich da auch nicht wirklich was reißen. Wartet mal. Was ist mir jetzt grad auf einmal klar geworden? Können wir noch was hier lernen? Wir haben noch drei Dreikatzpunkte. So. Ich werde nämlich das Taifun-Sprengsystem komplett lernen. Zack. Zwei Punkte hier rein. Ein Punkt hier rein. Denn jetzt können wir durch Verwendung... Oh, bla. Wartet. Hier. Oben. Da. Verwendung feuert in einem 360-Grad-Winkel Mini-Spreng-Sätze mit einer Reichweite von 8 Metern ab. Und da brauchen wir ironischerweise nämlich hier links oben diese Batteriesymbole um die quasi einsetzen zu können, die Fähigkeit. Und ich frag mich gerade, warum ich hier sowas wie Cyberboost Energy finde, ne? Ja, jetzt wissen wir's. Und dafür brauchen wir natürlich auch hier diese Munition Taifun-Munition. Davon habe ich elf Stück. Cool zu belegen. Wollte reichen. Hoffentlich. So. Speichern. Ziel durchen. Da vorne. Ah ja, jetzt wird uns rechts oben auch nochmal angezeigt. Ja, diese elf, das. Dass wir da so Taifun-Munition haben. Er wird halt auch noch, wenn wir zum Beispiel die Smart-Vision haben, dass es halt so durch Wände schauen. Oder halt auch, äh, unziehbar werden können. Es wird halt dann alles da die Sonne dann abgezeigt, äh, äh, angezeigt. Ich muss aber jetzt gucken, welche Teste das nochmal war. Weil entweder war es F1, F2, F3 oder F4. Ich bin mir es aber nicht mehr sicher. Deswegen nochmal schön speichern. Und hoffen! Okay, F2 war das. So macht man das. Tja, Leute. Sicherheitssysteme deaktiviert. Hangartüren entriegelt. Danke. Fürs Gespräch. Sicherheitssysteme deaktiviert. Ja, halt die Fretze. Nein, Hangartüren, ja. Ach, ich bin verwehrt. Ich wollte sagen, wir haben jetzt endlich diese Typhoon-Fähigkeit, ähm, leicht notgetrunken gelernt. Äh, ich wollte zwar erst später lernen, aber ihr habt es gesehen, wie mächtig so, diese Typhoon-Fähigkeit überhaupt eigentlich ist. Und, ja, ich muss sagen, es werden uns noch öfter Dienstleer erweisen, so wie jetzt. Wir kommen nochmal 2500 Erfahrungspunkte. Malik, kommen wir jetzt endlich angeflogen. Das sind übrigens die Hängertüren. So. Endlich weg hier. Sehr gerne, sehr gerne, Mädchen. Wir fliegen nicht nach Detroit. Was? Es geht nach Montreal. Ich erklär's ihnen unterwegs. Das will ich auch hoffen. Ich will aber nicht nach Montreal. Das will ich nicht. Nein. Ich will nach Detroit. In meiner Wohnung. Schönes Glas Whisky. Und einfach nur entspannt. Na ja. Wir fliegen jetzt zu unserem neuen Einsatzort. Und zwar nach Montreal. So ganz einfach ist das. Sind Sie sicher? Immerhin infiltrieren Sie keinen mickrigen Kabelsender. Sau hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pikes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht. Die berühmteste Nachrichtenmoderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein. Jensen, hier ist Pritchett. Malik sagt, Sie wollen die Position von Eliza Kassan. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Macht es nicht. Ich konnte die Firewall problemlos umgehen und habe jetzt ein 3D-Modell vom Grundriss. Ihr Büro ist im Turm. Zimmer 404. Bin unterwegs. Ja, ihr habt das gehört. Wir sollen jetzt den TV-Sender von Eliza Kassan infiltrieren. Während ich jetzt mir erstmal die Zeit nehme, meine Waffen hier zu infiltrieren, äh, sortieren. Und Sachen, die wir jetzt einfach nicht mal brauchen, hier mal umzupacken. Granaten hätte ich doch gerne mal auf die Null. So. Ihr kommt auf die Neun, ihr auf die Acht, dann das genau auf die Sieben. Schmerzmittel habe ich nicht. Brauche ich nicht. So. Raketen. Brauche ich nicht. Weg. Wer hat mein Siegsystem? Naja. Eventuell finde ich ja noch einen Verkäufer. Dann kann ich es da verkaufen. Ansonsten wird es hier schwierig. so müssen wir Platz schaffen, hier. Komm doch, komm doch her. Junge, her komm. So. Sieht es nicht schön aufgeräumt aus? Auf jeden Fall. So. Ah, ah. Hüpf. Hüpf. So, hier finden wir nämlich was. Alles mal Credits. Seven Bus Energy Regal, Bier, Bier, Zeitung. Riesiges Waffenlager ausgehoben. In einem Wohnhaus in Bristway hat die Polizei nach zwei täglichen Gefechten blablabla hin und her. Terror weltweit auf dem Vormarsch. Ja, Purity Fist, ne? Merkt euch die Schlagzeile, das Purity Fist gerade in Detroit was am machen ist. Was werdet ihr bald erfahren? Sobald wir wieder irgendwann mal in Detroit zurück sind. So, erstmal brauche ich mir ein Bier rein oder ja, noch ein Bier. Ohne Bier arbeite ich nicht. Ich wollte irgendwas Reibendes machen. zeigen wir noch ihr unsere Stulle ein bisschen verstärkt. Wow! Alter, bin ich breit! Oh, zum Glück ist das noch ein kurzweiliger kurzweiliger Flash. So, also wenn wir infiltrieren, soll ich doch eher die Pistole nehmen. Schön nachladen. Ähm, ja, gut. Die, was denn da? Ja, die hat nur noch 13 Schuss. Weil die hat ja, mein Gewehr hat auch noch einen Schaltdämpfer, aber leider zu wenig Schuss. So, kann man hier was machen. Also, wenn man nicht mehr eingeblendet hat, was man alles benutzen kann, dann guckt man tatsächlich genauer hier die Umgebung an. Also, ich muss echt sagen, es macht so mehr Fun, Leute. Ich hoffe, euch stört das jetzt nicht so. Wenn ja, schreibt es einfach unten in den Kommentaren. Eventuell ändere ich das dann. Aber weißt du was? Ich habe dir das zu lange gemacht. Bis gleich im nächsten Part.